Ich habe Ukrainer bei mir. Was? Und ein Mädchen. So, neue Map. Hier, die Grünen müssen wir ganz vernichten. Tschüss. Scheiße. Du bist gar nicht bei mir in der Lobby. Ich habe die Treppen auseinandergenommen. Wer ist noch am Leben? Hä? Du bist gar nicht bei mir in der Lobby. Ich bin ein ganz anderes Level. Ich habe Ukrainer noch bei mir. Ja, ich bin... Genau, genau. Mach eine Wand, damit wir hier ein bisschen geschützt sind. Ich werde die Helden auseinandernehmen hier. Warum ist das so laut? Ah, ober dir! Hinter dir! Hinter dir! Ah! Aber... Oh! Ich bin ein Idiot. Ich bin einfach in den Tod gestört. Ach, ich bin gekommen! Warum ist das so laut? Wow, Ukrainer, bist du weggeflogen? Die Ukraine ist davon geflogen. Meine, hab mich runtergekickt mit der Rakete! Jawoll! Haha, fresh meat! Nun die unteren Wände hier runterreißen. Tja, tja... Das Spiel scheiße. Weil der Hase einfach verloren hat. Ah ja. Weil ich ganz woanders bin. Ja, hier. Die halten durch hier. Oh, Gelb hat keine Plattform mehr. Assassin! Das Spiel schreibt mich richtig an. Ich hab beide getroffen! Ja, Moin! Ich hab einfach beide getroffen! Wie geil! Ich hab einfach beide getroffen! Wie geil! Okrainer, wo baust du immer die Wand hin? Okrainer! Weißt du nicht, wo man eine Wand hinbaut oder was? Wicked sick! Wicked sick show! Ja, muss ich mal die Wand jetzt komplett runterreißen. Vengeance! Vengeance! Das Spiel schreibt mich an. Ah, fresh meat! Ah, fresh meat! Ah, unser Turm fällt runter! What the fuck? Bei mir gibt's nicht mal mehr Turm. Ja, Gelb hat gewonnen irgendwie. Obwohl die von mir voller Rewon-Shotten wurden die ganze Zeit. Also ich bin hier ein alle gegen alle. Bei mir gibt's keine Teams. Hier sind alle gegen alle. Also ich bin jetzt Team Blue. Ich bin ganz alleine. Ey, ich bin alle gegen alle. Ich weiß nicht, wo ich bin. Komm hierher! Komm zu mir! Ein alle gegen alle ist spaßiger. Wo bist du überhaupt? Ja, weiß ich nicht. Join mir einfach nach. Ukrainer! Ukrainer! Ich bin alleine. Was soll das? Ich bin alleine. Was soll das? Lass mich wenigstens hochklettern! Boop, 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 boop. Wow, ich bin weggeflogen. Was ist das? Double kill! Double kill! Ah, das ist so unfair, Digga! Warum bin ich jetzt so weit unten gespawren? Weil Double kill! Ukrainer, du bist so fies, Digga! Richtig fies! Warpath! Ukrainer, es gibt Drache! Drache für den Salva! Ich brauche einen Sniper am besten! Wo ist Ukrainer jetzt? Jetzt gibt's Krache! Hör auf meine Basis! Hier rum zu eiern! Äh... Ja... Jetzt bist du da unten gelandet. Hä, er hat mich einfach weggeschossen. Äh, warum ist hier jetzt grün bei mir? Hä, was? Wie gesagt, sind grüne Teile jetzt bei mir? Wie ist denn in Ukraine eigentlich? Ich kann nichts mehr machen, ich hänge hier fest. Das ist nicht. Dankeschön, Ukrainer. Sehr lieb von dir gewesen. Ich muss erstmal mit dem Spiel klarkommen. Du musst ja immer angeblich erstmal mit allem klarkommen. Double kill! Nein! Ach! Double kill! Oh, mit der Natur komme ich nicht klar, Digga. Da kommen die Ausreden wieder. Warum lebe ich noch? Ja, grüne, Digga. Was will er von mir? Nee, da spielt es auch doof. Wechseln! Oh, niemand ist bei mir gespawnt. Und wieder weg. Ah, f***t euch! Wechseln! 2 gegen 1, Digga. Was für ein Scheidspiel. Warum lebe ich immer noch? Okay, jetzt bin ich komplett weg. Hä, wo bin ich denn hier? Irgendwie solche komischen Leute, äh, Dings. Ja, kein Wunder, Red Team hat gewonnen. Ja, klar. Jetzt bin ich alleine. Ukraine ist ins Spiel beigetreten. Oh, Ukraine ist da. Okay, alle auf Ukraine. Wo ist die Ukraine? Ja, bist du immer noch in dem Spiel? Haha, er lebt noch! Was ist das denn? Er lebt einfach noch! Betrug! Es ist krass hier alle gegen alle. Ja, ja. Alle gegen alle. Und ich... bin hinter dir. Nein, hör doch auf, Mann! Abgestochen! Lass uns lieber jetzt alle anderen erst killen, Mann. Ich vertreibere, bis ich meine Waffe habe. Wieso, die leben doch sowieso alle wieder. Oh, Mann! Hallo, du... Kurane? Oder, warum man das heißen soll. Hup! Sorry, meinte... Jetzt kommt's. Papi! Ah ja! Ey, warum... Ey, da ist die Rothalge, Digga! Da ist die Rothalge wieder! Hallo, rothalig! Berserk! Ich glaube, First Person ist es besser zu spielen, oder? Nee, nee, nee. So, dass man mit dem... mit dem... mit dem... mit dem... mit dem Controller nicht krieren kann. Echt so. Dieser Anon! Der geht richtig ab, du! Der Anon hat schon vor... 66 Kills! Der Anon! Der hat 66 Kills! Echt? Ey, ich sterb... Ey, die spawnen neben mir! Das ist so dumm! Scheiße! Ukrainer ist auch schon wieder weg! Also, dieses Waffenwechsel ist echt scheiße! Ey, das ist mit dem... Also, das Rumswitchen ist es mit der... mit der Controller besser! Aber das Tieren ist es mit der Maus besser! Alles scheiße! Big Game Hunter! Big Game Hunter! Der eine, dieser Schuschussi, der ist auch geisteskrank, ne? Wie lange spielt er das bitte? Er hat 14.460 Kills! Hat er nichts anderes zu tun, als hier die ganze... den ganzen Tag in dem... in dem Spiel zu sein und alle zu töten? Bist du doch da oben? Nein! Komm, was sagen wir schon? Mann! Oh Mann! Oh Mann, Hase! Musst du mich schon bedenken? Bist du so kill-geil? Hey, ich war das gar nicht! Ja, ja, ja! Wer ist da steht voll drauf? Ich werde ständig von dieser Rotherlinge gekillt! Ich zeige ihn, Digga! Happy Luke den Kills machen! Bist du das? Boing, boing! Oh, beide Böcken! Ah! Aber ich denke mal, wir machen auch dann gleich... gleich Schluss, ne? Irgendwie ist das doof, das Spiel! Ja, ich weiß! Was ist das für ne Waffe, Digga? Vorhin hinten! Ah ja! Ja, dieser Arnon! Arnon dreht auch hier die ganze Zeit am Rad! Also, die Rackette ist cool, aber Brot voll lange hier! Vengeance! Nononono, verpiss dich! Ah, so, ver... ...